In diesem Quick-Tipp möchte ich dir zeigen, wie du mehrere Brüche miteinander multiplizieren kannst und wie du Brüche mit Variablen multiplizieren kannst. Du siehst hier nun eine Multiplikation mit drei Brüchen. Wie immer beim Multiplizieren von Brüchen versuchen wir nun zuerst zu kürzen. Hier bietet sich schon einmal an, 5 und 5 kann ich durch 5 kürzen, bleibt 1 und 1. Dann kann ich 8 und 16 kürzen, bleibt 1 und bleibt 2. Jetzt können wir auch noch in einem zweiten Schritt 4 und diesen bereits gekürzten 2 erkürzen, bleibt 2, bleibt 1. Und diese gekürzten Brüche können wir nun miteinander multiplizieren. Im Zähler 2 mal 1 mal 1 ist 2 und im Nenner 1 mal 1 mal 3 ergibt 3 und du erhältst als Ergebnis 2 Drittel. Jetzt zeige ich dir noch, wie du Brüche mit Variablen miteinander multiplizieren kannst. Als erstes starten wir nun wieder mit dem Kürzen. Wir können hier 6 und 4 durch 2 kürzen, bleibt 3 und bleibt 2. Und nun rechnen wir das Ganze aus. 3 mal 3 ist 9 und 2 mal c sind 2c. Und schon hast du eine Multiplikation mit Variablen ausgeführt. Und Than До 3 9 10 14 15 17